Der automatische Labelfeeder ALF12 ermöglicht den präzisen Labeltransport zur Entnahmeposition bei allen gängigen SMD-Bestückungsanlagen. Die Feeder-Einheit verfügt trotz kompakter Abmessungen über eine übersichtliche 4-Tasten-Bedieneinheit. Gemeinsam mit weiteren durchdachten Einstellmöglichkeiten kann ALF12 auf alle gängigen Labelgrößen und Formen eingestellt werden. Seine Sensorik erkennt auch transparente Abdeckpunkte und positioniert sie zuverlässig. Der Labelfeeder lässt sich in nur wenigen Schritten für die Aufrüstung an der SMD-Bestückmaschine einrichten. Die Dauer beträgt etwa eine Minute. Die Labelrolle wird mit verstellbaren Führungsleisten an der Aufnahme zentriert. Alle gängigen Kerndurchmesser können verwendet werden. Neben der Rollenaufnahme mit den Führungsleisten verfügt ALF über zwei weitere Zentriereinrichtungen. Die einstellbare Linerzuführung und die obere stufenlos einstellbare Linerführung. Die Rändelmutter der Zuführung dient zum Vorzentrieren, nachdem der Liner in diese beiden Führungen eingefädelt worden ist. Er wird dann so weit zwischen die Metall- und Kunststofftransportrollen hindurchgeschoben, bis er am Tapeausgang des Geräts sichtbar wird. Nachdem der Liner noch einige Zentimeter durch das Gerät hindurchgezogen wurde, kann die Verschlussklappe aufgelegt, aber nicht geschlossen werden. Im letzten Schritt zur Zentrierung müssen die verstellbaren Zentrierblöcke an der stufenlosen Linerführung zur Mitte geschoben und mit dem Werkzeug festgezogen werden, das sich in einer magnetischen Aufnahme nahe der Mode-Taste am Gerät befindet. Die Verschlussklappe kann dann bis zum Einrasten geschlossen werden. Mittels Pull-Taste bewegt man die Labels bis zur Abnahmeposition auf dem Fiederlaufband. Der Abholtest mittels Pinzette dient hier nur zur Veranschaulichung. Das Aufrüsten der SMD-Bestückungsanlage mit dem ALF 12 unterscheidet sich kaum von dem Aufrüsten mit gewöhnlichen Fiedern. Es muss lediglich der Spannungsanschluss zum Labelfieder hergestellt werden und der ausgeworfene Leine am Ausgang des Geräts muss so angeordnet werden, dass er während des Betriebs nicht auf Hindernisse stoßen kann. Das Etikettiersystem ALF 12 ist für den langfristigen und ununterbrochenen Einsatz in der Bestückmaschine gedacht und konzipiert. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an AMS Software & Elektronik GmbH in Flensburg. Im Anschluss an dieses Video werden die Kontaktdaten noch einmal eingeblendet. Wenden Sie sich bei diesen einen neuen clef. Untertitelung des ZDF, 2020